Moin Leute, da sind wir wieder. Ja, anderthalb Schwerter haben wir noch, die wir noch kaputt prügeln müssen. Und dann bin ich ja mal gespannt, was da so an Leveln bei rumkommt, also so insgesamt. Und dann habe ich aber auch keine Lust mehr, erstmal hier an dieser Mobfalle zu stehen. Das soll dann auch gut sein, aber wir haben wenigstens noch den Vorteil, dass wir parallel noch die Schafe schälen können. Ah, da kommt auch gleich der Nächste. Und so kommen wir wenigstens zu unserer roten und zu unserer weißen Wolle noch. Ach, jedes Mal mache ich die Tür zu. Muss sie mal auflassen. So, zack, scharf. Zack, scharf. Zack, scharf. Naja, die Schere, die wird wohl auch nicht mehr allzu lange durchhalten. Aber das geht doch relativ zügig, dass man sich hier die Wolle zusammenfarmt, die man so braucht. Ja, 22 und 25, das ist doch schon mal keine schlechte, so schlechte Ausbeute. Dann zerdübeln wir hier noch die Schwerter. Bing, bing, bing. Oh, der hat nicht mal Rottenflash gedroppt. Ach, ich wollte doch noch züchten, Leute. Fällt mir gerade ein. Dafür muss ich jetzt aber ein bisschen warten, bis die Schafe dann irgendwie wenigstens zwei Rote wieder Fell haben. Sonst sehe ich nicht, welche Farbe welche Schafe hat. Ist ein bisschen suboptimal, das Ganze. Schauen wir mal, ein Rotes haben wir erst. Ja, da müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen warten. Weil ich möchte vier Rote haben und vier Weiße. Das sollte dann auch so das Maximum sein, was ich da so in dem Stall halten kann. Und es geht mir nämlich die Rasenfläche da aus. Aber ihr seht ja, das geht auch relativ zügig. Also auch in einem überschaubaren Rahmen. Ja, nachts ist spinnhöchig. Muss ich mal gucken, ist denn hier irgendwas nöder als nisch zu sehen. Ja, irgendwie haben wir kein Glück. Die droppen alle nichts. Ich könnte natürlich plündern drei auch mit auf das Schwertchen drauf zaubern, was ich mir basteln möchte. Aber naja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir jedenfalls noch unsere Steinschwerter. Entschuldigung. Und egal wie, die müssen wir sowieso kaputt knüppeln. So, nochmal hochgerannt. Und nach den Schafen geschaut. Oh ja, da sind zwei Rote, das ist schön. Da kann ich einmal hier, hier, bling. Und haben wir denn schon zwei Weiße? Haben wir auch Weiß. Weiß. Und jetzt haben wir vier Weiße und vier Rote. Hätten wir das auch geschafft. No, immerhin sind wir bei Level 10. Aber das wird ja jetzt alles immer ein bisschen schwieriger. Ich weiß gar nicht, ob man da mehr von diesen EXP-Kugeln für braucht, um jetzt höher am Level zu kommen. Wir sind auch beim letzten Schwert mittlerweile angelangt. Na, wo bleibst du? Komm, gib alles. Nur los, Spawner. Jetzt will der nicht mehr. Gut, dann gehen wir nochmal hoch und schälen nochmal unsere Schafe. So, einmal Rot. Einmal Weiß. Einmal Rot. Einmal Weiß. Und nochmal Rot. Und nochmal Rot. Und nochmal Weiß. Ja, doch, das geht relativ zügig. So, was haben wir jetzt? Ja, 34 und 29. Das ist schon ganz okay. Die Roten scheinen etwas geiziger zu sein. Die wollen nicht so viel Wolle geben. Kann natürlich auch Zufall sein, dass sie gleich viel geben und ich einfach nur ein bisschen Pech hatte. So. Ding, 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 ding. Ja, die Musik, wie gesagt, die springt relativ selten an. Ich hatte die aber auf 10 gestellt und wollte die dann nochmal runterstellen auf 7. Die war mir dann doch ein bisschen zu laut. Das soll eher nur so leichte Hintergrundberieselung sein. Schauen wir mal. Dann nochmal hoch zu den Schafen. Das ist jetzt halt immer dieses Hin- und Her-Rennspiel. So. Klopp. Weiß. Klopp. Rot. Bei den Roten hat man relativ häufig, dass sie nur einen geben. So, nur noch ein kleines haben wir. Das weiße. Die anderen sind schon alle groß. So, komm her, kriegst du was du brauchst. Wie gesagt, sie können mich nicht hauen, aber ich kann sie total prima hauen. Ja, in der Nacht funktioniert der Spawner natürlich nicht mehr ganz so gut. Ist ja klar, da spawnen draußen die ganzen Monster. Von daher, alle sind nicht so wild. Dann gehen wir halt wieder Schafe schälen. Fum. Und noch ein Schaf. Und noch ein Schaf. So, was haben wir denn jetzt? 43 um 39. Naja, das ist schon ganz okay. So, hier noch ein Rotes. Schön ist, dass die gleich immer wieder die Wolle haben, sobald die gefressen haben. Huch, da hatte ich beinahe gepennt und das Schaf wäre flitzen gegangen. Und ich habe natürlich auch keinen Weizen in der Tasche. Dass ich das wieder hätte reinlocken können. So. Ja, Level 11 sind wir mittlerweile. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, die Halbstufe macht sich bezahlt. Also über den Stein wäre es nicht drüber gegangen. Über den Vollstein, über die Halbstufe. Da springt das einfach mal so drüber. Das passt schon. Ich weiß auch gar nicht, ob man das auf YouTube überhaupt gut sehen würde. dass ich hier die Monster am Kloppen bin. Oder ob ihr das nur so erahnen könnt, dass ich da auf irgendwas einschlage. Weil das ja doch relativ dunkel da drin ist. So, nochmal Schafe schälen. Klopp. Die Schere, die wird wirklich nicht mehr allzu lange durchhalten. Da ist noch ein Weißes. Zing. Doch, das geht. Auch vom Gras her. Also das ist ein ganz guter Kompromiss. Acht Schafe drin. Mehr sollten es dann aber auch wirklich nicht sein. Das Gras muss ja auch wieder nachwachsen können. Hell genug dafür ist es auf jeden Fall, dass das Gras da immer wieder komplett nachwachsen kann. So, komm her hier. Also die dürften jetzt ruhig mal was droppen. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. Dafür haben wir auf jeden Fall schon mal eine Menge Rottenflash 44, um genau zu sein. Und wieder ein paar dazu bekommen. Ja, Level 12 sind wir. Na, es geht doch voran. Na, komm her. Einen brauchst du noch. So. Und dann können wir mal wieder hoch zu den Schafen. So ist es wenigstens keine verschwendete Wartezeit, die wir hier haben. So, bing. Bing. Und dann geht es wieder runter. Also immer wenn die Musik anfängt zu spielen, fängt es dann doch sehr stark an zu zuckeln. Da ist also auch noch etwas Verbesserungspotenzial wohl drin. Na, schaffen wir das noch, dieses eine Steinschwert innerhalb dieser Folge zu zerprügeln? Also ich werde mir Mühe geben. So, mittlerweile ist auch Tag. Da ist der nächste Zombie. Da ist der nächste Zombie. Die nächsten Zombies. Gleich zwei. Ja, und gedroppt haben sie immer noch nischt. Die Zombies. Das zieht sich wirklich ewig. Also, für mal schnell so ein paar Level machen, ist das überhaupt nicht geeignet. Ja, gedroppt haben sie immer noch nischt. Die Zombies. Das ist halt, wenn man wirklich ganz, ganz faul ist, so wie ich, dann stellt man sich hier hin und dann verfloppt man die und dann wird alles gerut. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Futter für unsere Hunde. Apropos Futter. Wir müssen auch noch mal was futtern. Na, dann will ich noch mal hoch zu den Schafen. Auch wenn ich das in dieser Folge nicht mehr schaffen sollte. Also, ich werde dann noch mal offscreen dieses eine Schwert hier zerprügeln. Denn ich habe keine Lust, dann in der nächsten Folge dann auch noch mal hier rumzustehen. Äh, nein, das war jetzt nicht so das Schlauste. Naja, soll es erstmal draußen rumrennen, das Schaf. Ist mir egal, das sperre ich danach wieder ein. Raus kann es ja nicht, das Schaf. Also, es kann wenigstens keine Türen öffnen. So, gleich haben wir Level 13 erreicht. Da haben wir auch Level 13 erreicht. Das Schwert neigt sich auch langsam dem Ende. Denn in der nächsten Folge, ja, da möchte ich einfach was anderes machen. Mal gucken, ob wir dann mit dem Bahnhof anfangen. Den müssen wir ja auch noch bauen. Wir haben ja immer noch das Problem, dass uns eigentlich reichlich Redstone fehlt. Da weiß ich auch noch nicht, wo wir das herkriegen sollen, weil beim letzten Mal, wie gesagt, dadurch, dass ich die Mine angelegt habe, hatte ich natürlich noch mehr Redstone. Vielleicht werde ich auf der einen Seite bei der einen Wand nochmal irgendwie eine Mine anlegen. Das werde ich dann aber live machen. Also Schnitte wird es in der Hinsicht dann nicht mehr geben. Das Thema haben wir ja durch. Der Rest ist jetzt alles live. Auch wenn das dann vielleicht mal nicht ganz so spannend ist. Aber gerade das macht ja Minecraft aus. So, damit sollten wir dann auch das Schwert noch hinkriegen. Jo, haben wir fast Level 14 sogar geschafft. Nicht schlecht. Hallo? Na komm, ich würde das so gerne noch in diese Folge mit reinkriegen. Auf jeden Fall haben wir 64 Rottenflash. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ja, nochmal zwei. Und wenn wir Glück haben, ist damit dann auch das Schwert weg. dann würde das ja genau passen. Ah, nicht ganz. Wie gesagt, zur Not ziehe ich dann nochmal offscreen zwei Zombies durch und dann ist das auch okay. Ja, Leute. Damit hat es die Folge hinter sich. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich werde dann die beiden Zombies durchziehen und ja, dann machen wir mal was anderes. Also, ich sage erstmal Tschüss. Macht's gut.